Hallo Freunde, aus dem Buch lese ich euch heute was Wichtiges vor. Jeder Gedanke, der sich irgendwie zustimmend oder gewährend mit Rüstung und Krieg befasst, ist die höchste Stufe des menschlichen Irrtums. Ob man das merkt oder nicht, ist eine andere Sache. Der beste Beweis für die geistige Rückständigkeit ist in jedem Falle die Gewaltandrohung und die Gewaltanwendung anderen Menschen gegenüber. Jede Politik, die von Feinden spricht, ist für die Menschen verderblich. Sie sollte kein Gehör und erst recht keine Unterstützung finden. Die Menschheit bereitet durch die Zustimmung selbst ihren Untergang vor. So ist es. Wir sollten was tun, wenn wir können. Irgendwie kann jeder ein klein bisschen was. Ich finde bestimmt noch einen neuen Spruch. Den kriegt ihr dann auch gezeigt, gehört, vorgestellt. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.